Moin, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf TrinkLink. Wir machen heute flüssige Gewürze in der Cocktail-Sprache bitter. Was man damit macht, warum, wieso, weshalb und dass es auch alkoholfrei gibt. Viel Spaß mit diesem Video. Warum benutzen wir an der Bar nur flüssige Gewürze? Die Erklärung ist ziemlich einfach. Und zwar der Tee-Effekt. Heißes Wasser, Teebeutel rein und alle feststofflichen Inhaltsstoffe lösen sich in Flüssigkeiten nur sehr langsam auf. Das kann man sehr schön eben bei einem Tee sehen. Ihr seht jetzt hier heißes Wasser, Teebeutel rein und nach und nach sinken. Und das seht ihr schön an den Schlieren hier. Sinken die Aromenstoffe ab und lösen sich im Wasser. Das ist die sogenannte Auszugszeit, die jeder Feststoff in einer Flüssigkeit temperaturabhängig hat. Beispiel, ihr macht einen schönen Braten, egal ob mit Fleisch oder ohne. Und macht dazu eine schöne Soße. Schmeckt die Soße ab. Ihr packt Pfeffer hinzu und schmeckt direkt, nachdem ihr den Pfeffer hinzugegeben habt, ab. Pfeffer, wenn ihr ihn grob rein tut, braucht ziemlich viel Zeit, bis er entsprechend gelöst ist und Aromen gelöst hat. Bedeutet, wenn ich das sofort mache und die Gäste erst in einer halben Stunde kommen, dann schmeckt die Soße unter Umständen ganz anders. Und genau deshalb nutzen wir flüssige Bitters, flüssige Gewürze. Bedeutet, wir haben einen maximalen Auszug und hier verändert sich der Feststoff nicht mehr. Er ist sogar entnommen worden und wir haben immer die gleiche Aromatik. Eben wie bei einem Tee, auch da nimmt man ja nach einer Weile den Teebeutel raus, weil genau die richtige Auszugszeit da ist und der Tee perfekt trinkbar. Cocktailgewürze, aka Bitters, gibt es sehr, sehr viele an der Bar. Der Klassiker ist Angostura, Pechot und Orange, eventuell noch Choco oder Kakao. Das sind so die vier klassischen Bitters, die es gibt, die viele, viele Leute auch kennen. Es gibt noch viele, viele, viele andere und nur als Beispiel, da oben stehen so ein paar. Die meisten sind alkoholisch. Man kann aber auch Bitters anti-alkoholisch machen und das werden wir heute tun. Zur Vorbereitung dieses Videos lege ich euch dieses Buch hier von Avery dringend ans Herz. Das ist ausschließlich in den USA bestellbar, kostet dort zwischen 55 und 85 Dollar, ist für ein Buch relativ teuer. Wenn ihr die Rezepte trotzdem haben wollt, dann kommt zu mir in den Discord-Server und guckt euch dort die Rezepte an. Hier unten unter der Beschreibung werden wir die Rezepte nicht abdrucken, aber den Link zu unserem Discord-Server. Kommt dort gerne rein und guckt euch das an. Wir haben alle Rezepte auch live auf Twitch gekocht. Und nochmal dieses Buch. Alle Zutaten, die hier drin sind, sind alkoholfrei. Es war nie Alkohol drin, es ist auch nicht alkoholbefreit. Wirklich ohne Alkohol. Und hier sind die beiden Bitters drin, die wir jetzt kochen werden. Grundsätzlich bei Bitters ist es so, gerade wenn ich die koche, muss ich die fein abwiegen. Hierzu brauche ich auf jeden Fall immer eine Waage. Der Bitter, der jetzt schon fertig gekocht ist, das hat insgesamt zweieinhalb Stunden gedauert, ist der Angostura-Typ. Das ist kein Angostura-Bitter, weil ein Angostura-Bitter hat eben Alkohol. Dieser hat es nicht. Der hat jetzt zwei Stunden durchgesimmert, eine Stunde gekocht. Roundabout zweieinhalb Stunden Herstellzeit. Was wir jetzt als nächstes machen, die Rezeptur dazu gehen wir gleich nochmal durch. Was wir jetzt als nächstes machen, ist der Orangen-Bitter. Hier habe ich jetzt schon die Zutaten, die ich nicht mehr verarbeiten muss, per Waage abgewogen. Und dann habe ich hier noch weitere Zutaten, die ich ebenfalls alle einzeln abgewogen habe. Und die ich jetzt einfach stöße. Welche Zutaten das sind, gehen wir nochmal durch. Als da wäre 25 Gramm Enzian-Wurzel, nicht gestößelt, dort. 20 Gramm Koriandersaat, die stößle ich jetzt gerade unter anderem. 20 Gramm Orangenschale. Ich habe jetzt hier einen etwas anderen Mix. 10 Gramm getrocknete Orangenschale, 20 Gramm rische Orangenschale. Und nur die Schale, also nur die Zeste. 8 Gramm Sternanis, stößle ich ebenfalls hier. 5 Gramm Nelken, stoße ich ebenfalls. 5 Gramm grüner Koriander, auch hier drin. Und 1,5 Gramm Kümmelsaar, auch hier beim Stößeln. Lege ich das hier in die Seite. Wenn ich alle Zutaten gemörsert habe, abgewogen habe, 500 Milliliter Wasser zur Seite habe und noch 50 Milliliter Glycerin, dann habe ich hier einen Topf und in den Topf packe ich jetzt alle Zutaten. Zunächst das Wasser. Dann 50 Milliliter. Dann 50 Milliliter vom Glycerin. Ist Bioglycerin, kann man so in der Apotheke und im Reformhaus kaufen. 50 Milliliter ist für Mundgefühl und für das Lösen verschiedener Aromenstoffe wichtig. Das erhitze ich jetzt schon mal auf 100 Grad. Natürlich unterrühren. So, hoho. Ja, gut, passt. Und während das Erz erhitzt, packe ich hier schon mal die Enzernwurzel rein. Und dann meine gemattelten Zutaten, frische Orangenschale, getrocknete Orangenschale, Koriandersaat, Sternanis, Nelken, grüner Kardamom und Kümmelsaat. Das alles kommt jetzt auch hier rein. Heißt, ich koche das Ganze jetzt einmal auf. Und danach lasse ich es bei 80 Grad simmern. Heißt, das zieht. Und zwar 120 Minuten lang durchziehen. Zwischen 60 und 80 Grad Celsius. Einfach nur durchziehen lassen. Danach abkühlen und filtern. Und durch die Gewürze, die jetzt hier drin sind, vor allem Nelke und die Enzernwurzel, ist das Ganze außerhalb des Kühlschranks zwei bis vier Wochen haltbar. Das sind jetzt 500 Milliliter. Für den normalen Hausgebrauch braucht ihr nicht mehr als für ein halbes Jahr 50 Milliliter, 100 Milliliter, wenn es hochkommt. Und ihr könnt es ja jederzeit nachkochen. Von daher geht er von kleineren Mengen, also einem Zehntel hiervon aus. Dann wird es schwierig mit dem Wiegen, aber das kriegt ihr hin. Und diese Gewürze, antialkoholisch, flüssige Gewürze, könnt ihr auch jederzeit verwenden, um euren Tee zu würzen, euren Kaffee zu würzen. Irgendein Getränk, ein antialkoholisches, zwei, drei, vier, fünf Tropfen von diesen alkoholfreien Bitters. Und damit habt ihr schon wieder eurem Leben einen ganz anderen Genussmoment beschert. So, jetzt fängt es an, einmal aufzukochen. Ungefähr eine Minute, zwei aufkochen lassen. Aufpassen, dass es nicht überkocht. Heißt, ab einem gewissen Moment stetiges Rühren. Gucken, dass unten nichts anbappt. Wenn der Schaum zu hoch kommt, einmal kurz den Topf anheben. Dann runterziehen. Und jetzt einfach simmern lassen für zwei Stunden. Einfach so stehen lassen und fertig ist. So, das ist jetzt unser Orangenbitter. Und vorher habe ich ja schon gekocht den Typ Angostura. Etwas andere Mischung. Hier werden zunächst 40 Gramm Zucker angeschwitzt. Einfach nur heiß gerührt. So lange, bis es anfängt zu dampfen und fast das Ganze schwarz wird. So richtig dunkelbraun. So dunkel wie irgendwie möglich. Und sofort langsam mit einem Liter Wasser ablöschen. Dann kommen die Zutaten da rein. Und zwar kommen folgende Zutaten rein. 60 Gramm Gewürznelken. Klein gemörsert. 40 Gramm Zimt. Grob gemörsert. 40 Gramm Enzianwurzel. Und auch hier Enzianwurzel als Haltbarmacher und als Bitterstoff extrem wichtig. 40 Gramm einfach so hinzufügen. 11 Gramm Sternanis. Grob zerdrücken. 7 Gramm Orangenschale. Getrocknet. 5 Gramm Muskatnuss. Das ist ungefähr eine Muskatnuss. Komplett klein gerieben. 4,5 Gramm Kardamom. Grün. Ebenfalls grob zerdrückt. 4 Gramm pulverisierter Ingwer. Ingwerpulver. 3 Gramm schwarze Pfefferkörner. Grob gemaddelt. Eine Vanilleschote. Geöffnet, ausgestrichen und mit hinzugefügt. Und das Ganze dann auf einen Liter Wasser, auch genau wie jetzt gerade hier, aufkochen lassen. Und danach zwei Stunden simmern lassen. Und danach haben wir ein sehr, sehr dunkles Gebräu. Das sieht dann so aus. Und dann müsst ihr das Ganze abfiltern. Heißt, alle Feststoffe nach Möglichkeit raus. Das dauert. Es dauert wirklich ziemlich lang, weil hier drin ganz feine Elemente enthalten sind. Ich zeige euch das mal mit einem einzigen Filter. Ich habe hier so einen sehr, sehr feinen Filter. Und da packe ich jetzt die Flüssigkeit nach und nach rein. Umso langsamer ich das mache, umso weniger feine Bestandteile kriege ich da rein. Aber ihr seht, der Filter fängt jetzt schon an, sich zuzusetzen. Und das ist noch nicht mal mehr die Hälfte. Einfach jetzt Zeit. Wir lassen einfach laufen. Und sobald oben der Filter wieder ein bisschen leerer wird, nachgießen. Quasi Schwerkraftdruck aufbauen. Und das lasse ich jetzt einfach so laufen. Ich setze mich hin. Ich kann andere Dinge machen und komme dann, wenn der Filter wieder ein bisschen leerer ist, wieder dazu. In der Zeit lasse ich das hier weiter kochen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, aktiviert die Glocke und kostenloses Abo, schadet niemandem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Danke, Euer Jörg. Untertitelung des ZDF, 2020